Aber das hat man... Wunderbar! Jetzt sind wir satt. Aber sonst würde ich mich jetzt erinnern, dass ich die essen darf. Kann man auch drehen, ja? Es ist aber ganz wunderbar. So, hast du jetzt gedrückt? Ich habe schon lange gedrückt. Das ist doch ein Videofilm jetzt. Ach so! Wir machen Werbung-Protos, ne? Ja, ich habe aber nicht immer ein freundliches Gesicht gemacht. Das ist typisch für mich. Ich guck, ne? Ja. Nein, aber sehr schön ist das gemacht. Das sieht wirklich lecker aus. Das ist geil, ne? Na, dann zeig sie mal. Hast du eine E-Mail? Was? Hast du eine E-Mail? Nein. Ach so. Ich wünsche viel Erfolg heute. Dankeschön. Ist eigentlich ein bisschen schade. Also, das hätte mich interessiert. Ja. Ich habe nur einen vollen Preis. Habe ich mit Ihnen Zeitung? Na, das ist nicht klar. Na, wunderschön. Danke schön. Das, was bei rauskommt. Ja.